Fährt man in Richtung Schirmitzbödel, dann kommt man direkt am Gasthaus Poseidon vorbei. Der Name sagt schon, hier gibt es vorwiegend griechische Spezialitäten und hier lässt es sich auch gemütlich feiern. Alles Gute zum Geburtstag! Meine Mutter hat heute den 85. Geburtstag. Wir feiern sehr oft bei den Griechen. Vor einem Monat habe ich die diamantene Hochzeit von meinem Elterntag gefeiert. Und den fahr ich so seit ein paar 90er von meinem Vater und es ist irrsinnig toll und gut und wir kommen immer wieder her. Die Bedienung ist ganz toll und die Spezialitäten sind sowieso gut. Also es hat bis jetzt jedem geschmeckt. Wir wollen nur, dass die Familie und die Bekannten mal wieder gemütlich beisammen sitzen. Wir fühlen uns da sehr wohl und fühlen uns eigentlich ein bisschen wie in Griechenland. Die Musik, das ist das Einzige, was uns da fehlt. So im Hintergrund ein bisschen griechische Musik. Das wäre toll, wenn das da noch her wäre. Dann wäre es perfekt. Bekannt ist Dimo, so nennen die Gäste den Gastwirt für seine Fischspezialitäten, die er auf griechische Art zubereitet, weil er weiß, dass er zu seinen Stammgästen viele Griechenland-Urlauber zählen darf. Aber nicht nur gutes Essen wird in Poseidon so geschätzt, auch das Gesellschaftliche steht oft im Mittelpunkt. So lässt man den Alltag bei einem Kartenspiel gerne hinter sich. Vor allem sind es Stammgäste, die schon jahrelang regelmäßig in Poseidon einkehren. Wenn auch sie eine Vorliebe für griechische Spezialitäten haben, dann wäre Poseidon in Kapfenberg-Schirmitzbühl ein Besuch wert. Denn vielleicht ist ihr nächstes Urlaubsziel Griechenland. Und da könnten kulinarische Vorfreuden sehr nützlich sein. Dimo Zakasch, Gastwirt in Poseidon, mit griechischen Wurzeln, würde sich freuen. Und an sonnigen Tagen ist es auch im Gastgarten recht gemütlich. Bravo!